Kapitel 30, noch einmal Offenbarung 12 Kommen wir jetzt noch einmal zur Offenbarung 12 zurück. Über dieses Kapitel hatten wir zu Beginn des Buches bereits nachgedacht, aber erst jetzt haben wir ausreichende Kenntnisse, um zu verstehen, was dort tatsächlich beschrieben wird. In Vers 1 steht, Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel, Ein Weib mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Die Frau mit der Sonne, dem Mond und der Krone von zwölf Sternen ist Jerusalem. Jerusalem ist ja ein Sinnbild für den Wiedergeborenen Überrest in der Endzeit, dem vorrangig die Johannes-Offenbarung von Gott gegeben ist, um der einst Zeiten und Zeitpunkte innerhalb der 70. Jahrwoche einordnen zu können. Vers 2 Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt. Die Frau, Jerusalem, wird in der Endzeit belagert, kommt in Wehen und zur Wiedergeburt. Das ist zu Beginn der 70. Jahrwoche. Der Belagerer ist der falsche Prophet, der gemeinsam mit dem Antichristen, der hier noch unter der Führung des falschen Propheten steht, Jerusalem angreift und belagert. In dieser Belagerung kommt Zion zur Wiedergeburt. Der Belagerer zieht dann wieder ab. Vers 3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner, und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Nach 1260 Tagen zieht erneut ein Heer gegen Jerusalem herauf, jetzt aber unter der Führung des Teufels, des roten Drachens und des Antichristen. Denn jetzt sind die sieben Häupter gekrönt und nicht mehr die zehn Hörner. Die sieben Häupter aber sind ein Bild für die sieben antiken Seleukidenkönige mit ihrem letzten König, dem Antichristen. Vers 4 Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Der Drache tritt vor das Weib, das heißt der Teufel, und mit ihm in Personalunion der Antichrist, der mit seinem Heer Jerusalem erneut belagert. Er tritt vor die Frau, die gebären sollte, um, wenn sie geboren hat, ihr Kind zu fressen. Vers 5 Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Die Frau, Jerusalem, wird also tatsächlich einen Sohn gebären, nämlich den Immanuel, die Leibesgemeinde Jesu Christi, die ebenfalls die Heiden mit eisernem Stabe weiden wird. Vergleiche Offenbarung 2, Vers 26 und folgende Die Leibesgemeinde Christi wird also die Heiden ebenfalls mit eisernem Stabe weiden, genauso wie auch ihr Herr Jesus Christus, denn beide werden gemeinsam im Millennium über die Nationen herrschen. Diese Passage erinnert stark an Jesaja 7, wo der Immanuel zum ersten Mal erwähnt wird und gleichzeitig ein Bild für Christus und für den wiedergeborenen Überrest in der Endzeit ist. Paulus schreibt davon, dass Christus und die Gemeinde ein Leib sind. Diese paulinische Aussage wird durch die Prophetie der Bibel nun nachvollziehbar und verständlich. Paulus hatte also tatsächlich eine sehr tiefe Erkenntnis über Christus und seine Gemeinde als eine geistliche Einheit. Diese innige Einheit von Christus und der Gemeinde unterstellen wir jetzt auch in Offenbarung 12 für den geborenen Knaben. Die Frau gebiert also einen Sohn und dieses Kind wird entrückt. Das bedeutet, Christus wurde entrückt bei seiner Himmelfahrt und die Gemeinde wird entrückt, nachdem die beiden Zeugen in Jerusalem getötet wurden. Beide gemeinsam werden über die Nationen der Welt herrschen. Wenn es die Bibel nicht so sagen würde, dürften wir das nicht so aussprechen. Es gehört uns lediglich aus Gnade. Wird der Drache, wenn er vor die Frau tritt, ihr Kind fressen? Ja, denn er wird in der Mitte der Jahrwoche die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, töten. Aber die beiden Zeugen werden wieder auferstehen. Allerdings nicht sofort, sondern sie werden während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche dreieinhalb Gottestage tot auf der Gasse der großen Stadt liegen. Erst dann werden sie auferstehen und entrückt. Offenbarung 12 fasst also alle diese Ereignisse in stark verklausulierten Bildern zusammen, ohne sie jedoch zeitlich einzuordnen. Das macht es so schwierig, das Kapitel zu verstehen, denn die meisten Ausleger glauben, dass alle diese Ereignisse unmittelbar aufeinander folgen würden. Wie wir oben gesehen haben, ist das aber nicht der Fall. Mit dem, was wir jetzt wissen, können wir die Verse besser einordnen. Vers 6 Das ist die erste Flucht des gläubigen Überrests aus Jerusalem und aus dem Lande Judah, der in die Wüste flieht. Christus spricht in seiner Endzeitrede auch davon. In Lukas 21, Vers 20 folgende steht, Das Ziel der Flüchtenden ist nicht das Westjordanland, wie so oft behauptet wird, sondern es ist die Bergwüste Judas, südlich von Jerusalem, denn der Belagerer zieht von Norden heran, weswegen sie nach Süden in die Bergwüste fliehen. Es ist die erste Flucht, denn hier ist die Rede von 1260 Tagen und wir haben oben gesehen, dass sich diese 1260 Tage immer auf die erste Hälfte der Jahrwoche beziehen. Jetzt folgt eine Rückblende in den Himmel und es wird erklärt, was kurz vor all diesen Ereignissen im Himmel passiert ist. Offenbarung 12, Abvers 7 Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht, auch ward ihre Städte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt und ward geworfen auf die Erde und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Der Himmel wird gereinigt, der große Drache wird auf die Erde geworfen und hat dort für die Dauer von dreieinhalb Jahren sein Werk. Seine Werkzeuge sind der Antichrist und der falsche Prophet. Sie erschaffen ein okkultes und gottfeindliches Großreich und verfolgen die Gemeinde Jesu Christi bis aufs Blut. Vers 11 Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das ist die Überwinterschar der Gemeinde Jesu Christi, denn sie haben durch des Lammes Blut überwunden. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod, denn die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems und einige andere mehr, sind dem Lamm nachgefolgt und haben ihr Leben dafür gelassen. Ihre Treue zum Lamm war größer als die Furcht vor dem Tod. Vers 12 Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Der Drache, das heißt der Teufel und der Antichrist, denn beide werden in der Offenbarung im Personalunion gezeigt, verfolgen die wiedergeborenen Endzeitchristen. Das Sinnbild hierfür ist das Weib oder die Frau. Vers 14 Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Das ist jetzt die zweite Flucht in die Bergwüste Judas, unmittelbar nachdem der Antichrist die beiden Zeugen getötet hat. Hier steht nichts mehr von 1260 Tagen, sondern lediglich von ungefähr dreieinhalb Jahren, nämlich eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Oben haben wir gesehen, dass dies eine Bezeichnung für die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche ist. Damit haben wir auch hier eine zeitliche Einordnung dieses Ereignisses. Vers 15 Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte. Das ist ein dunkler Vers. Es ist ein Bild auf Truppen, die der Antichrist dem fliehenden Überrest nachschickt, um ihn in seinem Versteck in der Wüste zu töten. Vers 16 Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Dieser Vers ist ebenfalls sehr schwer zu verstehen. Oben haben wir gesehen, dass der König des Südens während dieser Zeit nach Norden zieht und Jerusalem einnimmt. Offensichtlich kämpft er dann auch gegen die Truppenteile, die der Antichrist in die jüdische Bergwüste geschickt hat. Eine andere Bedeutung für diesen so sehr dunklen Vers sehe ich nicht. Diese Deutung kann aber aus dem in den obigen Kapiteln erarbeiteten nachvollziehbar abgeleitet werden. Es ist ein sehr stark verklauselierter Vers. Vers 17 Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den Übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Wie wir an anderer Stelle schon gesehen haben, dauert die Zeit des falschen Propheten nur fünf Monate. Dann kommt der König des Südens und nimmt Jerusalem für kurze Zeit ein. Dann erobert der Antichrist Jerusalem zurück und macht sich zu einem großen Heerzug gegen Süden auf, um ein riesiges Endzeitreich zu erobern. In dieser Zeit kämpft er auch mit den übrigen Nachkommen der Frau, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi, also mit wiedergeborenen Christen. So meine Auslegung zu Offenbarung 12 in aller Kürze. Auch hier ist die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems ein unverzichtbarer Schlüssel zum Verständnis.